ja halli und hallöchen meine lieben freunde und damit dürfen wir jetzt den einfach gefahren letztes über smash brust you begrüßen hey erik ist wieder da ja der wichser war die lange zeit nicht da ja ja und es ist asynchron und ja das lasse ich jetzt professionell drehen jetzt geht's so welche missionen machen wir denn also ich wäre ja dafür dass wir die eine machen party wo ist denn die da ja komm tu es du es du es du es du es du es wir haben letztes mein name machen jetzt hier anstrengende besuche so fick dich diese außerirdischen besucher tragen ein gefälliges virus in sich also wir gucken das dann ja genau wir spielen das und danach das eine okay dieses macht kaum aggro spiel nee dann haben wir wieder keinen fortschritt ich habe damals die hälfte der folge raus geschnitten war es einfach zu schrecklich zu machen gucken weil wir mit der medie war ja da okay ja das stimmt ach das war ich ja gar nicht stimmt da war ich bei daniel ja egal mal gucken ob wir den fassen ist wir mal runterfahren oder so klar aber nämlich ich weiß es jetzt schon dass in die folge angucken wir lernen wollten nämlich auch mal mit bob ich guck mal dann bitte den hier das ist nicht schneller als immer nein du mit deinem schneller das ist nicht schneller oder langsamer das bürgst du dir immer nur ein das bürgst du irgendwie ein bestimmten zweit schaffen oder solch solch eine kreative ich weiß nicht ob wir die einfach nur tüten müssen ja müssen wir nur irgendwie ja die zwei noch an hamburg ja auf bewegt dich du ich hab ich habe einen gesehen aber ich habe mein pummellof in einem online-fight so krass verloren wenn ihr euch mal fragt ob jeweils online-fights kommen werden ich weiß nicht dass ich mario hasse ich habe jetzt hast du gar noch den mr.doktor.doktor.doktor.doktor okay einmal und zweimal was ihr lebt beide tschüss tschüss also 15 sekunden 10 was warte als knapp sieben sekunden und wir haben uns geschafft und du warst sehr sexy als peach tschüss nein wir machen die nicht nein 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 auf die dagegen zu werden ich steig gleich jetzt hast du auch schwer gestellt jawohl also wir wissen nicht wem wir spielen wir wissen nicht gegen was wir spielen wissen wir wissen wie wir sagen olima und rosalina willst du mir rosalina geben nein gegen mario und ui keine ahnung wie olima funktioniert weißt du das ach 50% mit einem schlag ach cool ich hoffe hier kommen jetzt auch keine olima pros zu oder so Äh, was mischen wir? Ah, aua. It's time to shine. Ah! Okay, Erik. Jetzt, jetzt zeigt er uns die Plays. Hm, war, ja, schwer. Hast du das gut gemacht? Deswegen mache ich die Missionsmiss noch nicht oft schwer. So. Pikmin und Luma sind all... Niemand will das hören. Niemand. Doch, jeder hat das Display. Dann soll er Pause drücken und es lesen. Der hat Turbo gedrückt. So, jetzt können die nämlich gar nichts mehr... Damit mache ich das zwischen normal und ähm... Warte, wie konnte man nochmal Pikmin zu einem B drücken, oder? Ja, B nach unten, glaub ich. Ne, B nach unten ist, ähm, Pfeife, dass ich alle herhole. Komm, Luigi, komm. Mario ist raus. Und Luigi auch. Yay! What the fuck? Bowser und Bowser Jr. kommen ja auch noch. Guck, deswegen... Pattensmashing! Oh Gott, Bowser ist auch mit Herberwieden. Jetzt von der Stage gegen den Felder runter. Was? Er ist zu schwer, um von der Stage zu fliegen. Aua. Ich hab auch so einen elendigen Fettsack. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Bowser ist ein elendiger Fettsack. Bowser ist aber cool. Nicht so wie Mario. Mario ist einfach... Ich bin Team Bowser. Mario hat als Kind übrigens nie Mario und Pokémon gespielt. Alter, hast du gesehen, was Bowser mit mir gemacht hat? Er hat mich genommen und hat sich mit... Und hat mich mit sich in den Abgrund geworfen. Du musst es nur gewinnen. Du schaffst es. Jetzt machen wir Smash Attack. Okay, Erik. Nein, nicht so. Ja. Ja, gut. Jawoll. Schick ihn weg. Wuff das. Was? Hä? Da kam ein grüner Panzer raus. Was? 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 Schilde. Schilde. Wenn er dich angreift. Das war... Guck mal. Ah! Erik. Oh, oh, oh. Oh. What the fuck? Du lebst noch. Jetzt stirb nicht. Und Schuba. Das gibt's nicht. Man sieht, dass du mit Rosalina nicht gibst. Aber das ist nicht schlimm. Aber du machst ihn jetzt weg. Putz ihn weg. Schliert's. Was denn? Er lebt immer noch. Putz. Das geht nicht. Hast du gesehen? Er ist unter mir doch diese kleine Mist. Das geht nicht. Nein. Das ist... Guck mal. Was macht die? Das ist die falsche Richtung. Ich drücke aber mal die andere Richtung aus. Mach ihn doch weg. Wir haben noch zwei Minuten dreißig. Jetzt dusch mal ganz schön langsam. Erik. Die Zeit geht nach oben. Werden so bitter, wie wir wollen. Oh. Du darfst jetzt nur nicht sterben. Komm hoch, geh du fatte. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Erik. Bitte. Nein. Bitte. Habt ihr ihr gesehen? Ich schlag nach links. Und da macht sie so eine Rolle, ne? Und während der Rolle taucht, der unter mir taucht diese Missgeburt. Willi. Willi. Wir haben jetzt Controller getauscht. Bin ich Rosalina. Jetzt zeig ich ihm mal, wie das geht. Die macht so ein... So ein... Zaltuja, wenn die schlägt, ne? Und, und... Und ich mach den Zaltu. Er unter mir doch, hinter mir. Bumm. Oh, jetzt bin ich ja Pik. Der ist ja Pikmin denn schon. Nehmen wir noch. Ui. Jogliere mit ihm. Rai, ich hab aber ganz gegessen. Siehst du verzaubern! Nein. Au. Oh, das war's. Gib Schrauben. Ja, der Feuerhaut. Ui. 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 Ich will krinnen. Ich möchte Wigi. Was ist щеi são? Komm her. Er hat原... Mario... Mario... So, jetzt. Schmeckt Pikmin. Aber ich muss sagen, du warst ... In dem Monollen so wombenging wirklich richtig krotz. Wir reisen doch nur hin gut. Schon vergessen? ging so. An dem Abend war Niki dein großes Handicap. Ach ja, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Was? Ich wollte ihn gerade wegputzen. Oh Gott, wieso? Du kannst es schaffen. Du musst nur an dich belieben. Never say never. Oh nein! Ich sag doch nicht auf. Das ist ein nässlicher Mungo. Kriegen wir es los. Nicht flüchten. Was? Was zum Fick? Das Flugzeug hat sich bewegt. Das waren Flugzeuge so. Aber, aber, wumm und wumm und wumm. Möchtest du wieder Rosalina oder? Halt die Fresse. Ich will erstmal, wenn du nicht so schnell sterben würdest. Du weißt, dass ich dich mit einem Arm aus dem Fenster werfen kann? Zweier. Einer ist zu wenig. Sollen wir es ausprobieren. Oh Gott, guck mal. Er macht ja eine Rolle. Oh ja, da ist noch Mario drauf. Und... Diese Momente sind so hilarious. Eigentlich kannst du jede Sekunde im Kampf ausdrücken. Dann kannst du dich durch mit Rasse scheißen. Du Mannchen! Oh, ist da gar nicht mehr drin. Boah, ich hätte fast Mario raus können, aber dann wäre er nö. Du. Witte. Mario hat jetzt die komischen Zukunft. Ja Mario hat die Pigment Aussicht, dann ich glaube, ist er zurück, wa? Alter. Alter. Okay, jetzt müssen wir erst mal Wir müssen jetzt noch Prozente machen Beide Spam, hab ich gehört Jetzt hat er eigentlich keine Chancen mehr Außer er kickt dich jetzt sofort raus oder so Sein Schilder hat alles gefressen Jetzt stirb doch Jetzt hat es funktioniert Ja, weil du nicht gestorben bist, du Klaktuitas Ja Dann ist die Folge auch an der Stelle vorbei Echt schon wieder toll, bist du? Ja, wird schon ein bisschen kürzer, aber ich habe nicht so viel Zeit, aber ich habe erzählt Egal, wenn ich die Folge anfange, dann würden wir uns über was freuen? Über Eats Genau, wir würden uns über Eats freuen Ne, über den Damm nach Rot und können das alle Links zur ersten Folge auf die Plätze und in der Beschreibung und auch zur Brawl-Playlist Und auch alles zwischen mir da links Für YouTube, Facebook, Boxer, Hitbox, Twitter und Instagram Und für die Packung Ricola Genau, und für die Packung Ricola Wenn ihr Packung Ricola wollt, in die Beschreibung gucken Ja, dann sagen wir mal Tschüss, wir sinds an einem Neunerstag wieder Und ja, was gehts anderes zu sagen, außer Mach meinen Bittingsbums nicht kaputt Ja, egal, Tschüss Auf mit den Popsits Auf mit den Popsits